Musik Der Tourjag ist ein Kajak für alle Fälle. Egal ob eine Flusswanderung, eine gemütliche Runde auf dem See oder der Urlaub in den Scheren von Stockholm. Der Tourjag ist für alle diese Bereiche die erste Wahl. Er ist in zwei Größen erhältlich. Der 500er für größere und schwerere, der 470er für kleinere und leichtere Paddler. Musik Das moderne Unterschiff mit den schräg angesetzten Seitenflächen bietet sehr hohe Anfangs- und Endstabilität. Über die Kante kann man den Tourjag sehr gut und stabil steuern. Musik Aufgrund seiner Längen von 4,70 m bzw. 5 m und des stark ausgeprägten Kiels vorne und hinten läuft der Tourjag sehr gut geradeaus. Musik Der Tourjag ist geräumig und sicher. Das großzügig gestaltete Cockpit erlaubt auch großen Paddlern über längere Zeit eine komfortable Sitzposition. Im Tourjag 4,70 m sitzt man aufgrund des niedrigeren Cockpits etwas kompakter. Der Tourjag ist ausgestattet mit unserer komfortablen Touring-Sitzanlage. Der 500er verfügt über individuell einstellbare 3D-Schenkelstützen. Der 4,70 m über komfortable Schenkelpolster. Musik Ausgestattet ist er mit zwei großen, wasserdicht abgeschotteten Gepäckräumen und einer Tagesluke. Diese Stauräume bieten genug Platz für mehrtägige bis mehrwöchige Paddeltouren. Das Gepäck kann durch die Positionierung der beiden Stauräume optimal verteilt werden. In der Tagesluke sind wichtige Gegenstände jederzeit greifbar. Darüber hinaus befindet sich an Deck noch reichhaltig Zubehör. Eine Dreidelleine, zwei Decknetze, eines vorne und eines hinten, eine Paddelhalterung zur Befestigung eines Auslegers und eine Rundumleine zur Befestigung von Decktaschen. Musik Abgerundet wird das Paket durch die Vorbereitung für die Steueranlage. Gefertigt wird der Tourjag aus unserem nahezu unzerstörbaren HTP, natürlich in Rosenheim, Deutschland. Musik 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 Musik